Der Küchen steht vom Hotel Dinkstar in der Stadt, wie heißt das gleich? Ein persönlicher, guter, bekannter von mir, ein gewisser Herr, Sie kennen ihn ja doch nicht, das ist ja gleich, der hat mir ein Rezept gegeben zur delikaten Zubereitung eines feinen, komischen Salates. Bitte nehmen Sie Papier und Bleistift in die Hand und schreiben Sie sich rasch auf, was ich Ihnen jetzt diktiere. Zubereitung Heizerpil mit Sauerkraut, Zungenwurst mit samter Haut, Napsalin und Wagenschmier, feingeschnittenes Gaspapier, Ananasso, Carbiol, Bismarck-Kering und Odol, Essigurken, Fliegenlein, das kommt alles mit hinein. Und dazu noch Blutoragen und Ziven, müssen obendrein noch das Aroma heben, Makaroni geschnitten in unkalten Bran, Linniburger, Kuppersnuss und schwarzen Maun. Ist nun alles das dabei, fehlt es noch an mancherlei, Lorbeerblätter und Zlibak, die erhöhen den Geschmack. Hezen, Brot und Gizerin, Wetschgenmus und Serpentin, kann bis Zucker und Forellen, dürfen auch dabei nicht fehlen. Auch Malz, Kaffee und Rollmopf, Ziggori und Zement, ein Messerspitz für Streusam, gewiss nicht schaden könnt. Bananenaprikosen, Nebsimbeerlimonat, dazu einen kleinen Löffel Vollmessingputz-Pomate, Schnupferwag und Stachelbeer, Gelbe Rüben, Kirchlichür, Eier, Konjak, Nelken, Zimt, man auch zu der Sache nimmt. Kaviar und Servelat, Birn und Pflaumen Marmelat, und dazu zwei Flaschen Sechst, das erfordert das Rezept. Heu und Strohachhafener Lähmung, Vügelkohlen, unter Paarrechtsbeingeschnittene Haustussohlen, harte Semmelbrocken, eingeweicht in Teer, das ist noch nicht alles, kommt schon noch viel mehr. Hetsche, Fetsche und Parmesan, Bauernsächt und sauern Rahm, schon seit Kuchen Petersil, nennt er hackt den Besenstiel, Zwiebel, Selschel, Kreosot, Siegernstumpen und Kompott, Siegichsteine pulpresiert, werden mit hineingerührt, Rebhühner und Fasanen auf Fensterkittung gibt, zwei ganze Fassingskrabben, garniert mit Stiefelwitz, Leonehurst mit Bleiweiß, Paquette von Wachs mit Reis, Ölfarbe und Angelotte, zwei junge weiße Mäus, Sauerkraut und Sellerie, Rettich und Formastebrief, Smoblach, Spargel und Sterin, Weizelsaft und Strachalin, Kaisershintze, Schusterpapp, Apfelmus und Salmiak, auch Brigettes und Andrasit, Blatt, Patronen, Dynamik. Ist das alles drin, was ich so entwickier? Wird das Ganze mit einem Löffel und gerührt? Laute sicher, ich schmecke wirklich delikat. Sehen Sie, so entsteht der komische Salat.